Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Making of Video von meinem Album-Cover Photoshoot, den wir heute haben. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, werde ich im Dezember auf eine einwöchentliche Akustik-Tour gehen, zum ersten Mal in meiner 20-jährigen Karriere. Was sonst immer gross und laut daherkommt, kommt das mal klein und intim daher. Wir haben uns bewusst entschieden, wieder in kleinere Clubs gehen. Wir werden ein Album dazu, auf dem RGS wird ein Blick Best Of Album, da gehören meine grössten Hits und die alle in einer total neuen Komposition und akustischen Umsetzung. Jetzt, wie das so ist, in meinem Arbeiten, es ist mir nicht nur die Musik wichtig, sondern auch das Visuelle und ich habe mich dieses Mal wieder mit meinem Grafiker Moritz zusammengetan, der schon verantwortlich ist für Sachen wie 0816 als Cover mit dem Stier oder Bart aber herzlich, damals mit dem riesen Bart. Er hatte eine coole Idee, er sagte, du hast seit 20 Jahren dein Bart, jetzt gehst du quasi nackt, also anplackt, reduziert auf Tour, dann inszenieren wir dich auf dem Cover, halt einfach ohne Bart, nackt. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020